Toll, jetzt hab ich, äh, Dingens. Auswertung Mission, jetzt hab ich das Ding übersprungen. Dammit. Okay. Äh, bist du bereit? Hm. Ich glaube, jetzt kommt noch ne, genau. Ich kann mich nicht so fühlen. Sie hat ihn lieb, was er für unsere Familie getan hat. Okay. Her time is coming. She would have her revenge. Her time, too, will come to erase the memories of his tortures. So, we're gonna have to be happy. Warte mal kurz. Okay. 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 So hängt es wieder auf, wir sind vor und wir haben seine Website in kleineren Form jetzt wiedergezogen. So habe ich das Gefühl, dass ich das nicht drüben und darf mir kurz anpassen. Das ist die Abstand, dass wir fast irgendwo gurren wollen, wenn wir Beckett noch rechtzeitig erreichen wollen. So ist es noch nicht wiedergekommen. So ist es dann auch so, dass ihr an den Fall vorholt. Wir haben weitgehend genug rückwärts, dass Aramokain Beckett eingesperrt ist. Er wird jetzt irgendwo in Fort Authority auf seinen Abkanzlern warten, wie allein von auch. ich hab mich gerade irgendwie richtig erschrocken ja immer wenn du nicht redest wird dein mikrofon so lauter rauscht es so habe ich das jetzt richtig verstanden wir müssen jetzt unsere wir müssen jetzt eine professionelle abtreibung vornehmen ja auf jeden fall verhindern dass unsere mutter das kind kriegt warum geht gar alles ins das geht ganz gut das geht ganz gut einfach bauch aufschneiden oder nicht wieso ich hab da ich hab da noch was da los hier kommt hier ist noch was müssen wir mitnehmen man das ist in der waffe wir sehen los also dann muss man rein so erst mal hier zu machen wo sind deine manieren mann so hier warum wollte ich jetzt zurückgesetzt keine ahnung wahrscheinlich wird das wird es so rot ist ein heiß leuchtest so heiß bist na wie wärs nein wir sind ja brüder es wäre ja der kummer hinten steht jemand der tür jetzt nicht mehr hallo hausmeister geheimnis freiheit wird zu machen was da los hier mehr da war es ohne halber körper lass mir doch ein übrig nein lass mir den salter nach der vorne sind so viele das war schroth die shorty die schroth ihn was hier los jungen guck mal gar nicht dass ich keiner von denen ja jetzt schon jetzt schon mal stehen ist der steht was los ist wer ist da meine alter ich bin fast das locker wo er hätte da was nun gut was stehen hier los was stehen war da nicht eben was ja erst mal wie kommen wir denn noch dran vorbei hier gibt gar leute ach da drinnen ja ja ich komme ich komme radiation klingt wie ne band die reichen maaann kann doch hier als wieder philosophen stein die fliege rufte stelle ja welche nehmen wir jetzt na gut hallo leute ich bin hier schau los wow granade grannen können granade ich bin doch schon hier ist alles gut wieso kann ich die munition da nicht aufnehmen ich glaube wir müssen da lang weiter voll die krania deri was wir kommen lassen wir hätten oder so ja hier kommt ihr bp computerspezialist was geht jetzt ab gibt es aber schönes ich gehe mal die leiter hier hoch er habe keine slow macht ich weiß habe ich gesehen volle granade kommst du mit hoch ich glaube wir müssen wir so gelangen körper explodiert auch schon vor freunde sein was hier los was ist das denn kann man hier den sicherungskasten es hat eben geregnet oder könnte man alles müssen wir lang was so lang los keine ahnung ich könnte drunter springen und damit das game werden oder ein ach hier ist ein leiter oder ich bin runter gesprungen dann ist auch mal ein dickes ding jungen was nein was wenn jetzt in das loch einfällt klatsche ich dir ein dann bist du glaube ich tot ja warte mal ich muss mal immerhin die leisung schneller ein ganz klar moment bitte hallöchen und herzlich willkommen bei langweilig fresse man mit schrutzländisch so was geht hier so hallo und es soll das ich will ich haben wir haben ich habe fast abgeschossen ich glaube du bist besuch hallo leute hey da hat nackst hey die haben extra wo verstanden warum haben die nackst alter ich will auch nackst 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 na ja nicht sogar warum aua bin ich auf einmal bist du denn bekloppt ich habe da gar nichts gemacht du kannst ja hier nicht mit granaten rumwerfen man ich habe dann rot linter hallo funktionier bitte selbstmörder alter die haben ding ins rohre abflussrohre oder so er hat gegen ins rohre das ging jetzt ab ja ich weiß auch nicht hey die haben einander die muss masken oder auch nicht aua 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 ganz ruhig ich helfe dir doch schon jetzt steh halt nicht wieder auf mann what the fuck jetzt werde ich wieder rot ja wieso wirst du denn rot brauchst du doch nicht rot werden ich schäme mich ist ja das peinlich jetzt zu spielen jetzt geh doch mal tot junge warte nein zu spät warte auf anderen spieler ja da warte ich an die motion die man jetzt ja wir müssen durch es gibt hier so schön ist und das hat das oder müssen wir darüber gibt das auto ich weiß nicht darüber müssen aber ich hab's einfach getan ja gilt die jungs sie bringt sie um greifen jetzt auch an ja und erhält es vielleicht mal wahr what the fuck kommen paar raus kann das sein junge na dann hätten wir ja hier ich kann das auch was keine mission mehr weiter was gehen jetzt ab warte fahrgast kreft man jetzt gehert oder um ist ein sniper pass auf aua ich bin tot recht ich muss aufpassen da oben ist ein sniper ja jetzt nicht mehr gleich kommt eine granate leck mir die eier warum bist du nicht extra aufhärts war das knapp du 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 ich will jetzt sniper warte einen moment nein ich will ihn töten junge warum jetzt hab ich seinen körper das ja nee doch ich bin dir einfach nichts man ich weiß ich war meine drittliebste waffe vergönnst du mir was hier gibt es auch nur sniper null prozent will der uns jetzt verarschen dahinten kommen welche nehmen dann kommen welche da kommen die mal mit dahinten kommen welche ja leckt mich doch wir haben eine panzerung junge ich glaube ich gehe mal hinter deckung das erste mal dass ich das überhaupt oh die sniper hat ja richtig fast weg richtig overpowered scheiße mein körper ist gleich weg hier hast du gleich noch munition für die sniper sind die jetzt oh na nicht dieser explosierte sind die nun echt oder sind die nicht echt wer ja diese typ ich habe keine munition hier da warte die bleiben stehen dann kann ich die gut sniper nimm du mal die rechte seite ich lasse die linke seite warte die kommen auch jetzt nicht mehr lol hier nehmen wir mit der bombe da auf die ja warte ich muss doch nachladen lange halten so so tot was willst du denn da kommt noch einer bei dir den kann ich auch eben aufhalten jetzt drin nicht aufgehalten hättest weißt du dann hätte ich mal ja ja guck mal lieber auf deine seite man was hier los mach ich doch was geht jetzt ab erstmal ne nahkampf für ne ne sniper für den nahkampf verwenden ist erstmal super alter was denn los man oh ich hab was keine munition mehr komm hier schrot wasch da los das war ein explosiv sehe nicht mein körper mir egal so letzte zwei schuss wasch da los ich hab ich wollte ihn haben bei mir hat er ein bisschen rumgeleckt also mir egal lol ja boss internet man boss internet man boss internet internet habe ich bei dir auch so komisch klar sie sind doch noch mehr oh das war glück ja dann geh doch da weg man nein du passt ja nicht auf 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 ne 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 presse man lass mal hier schrot da kommen noch 10 stück kannst du mal auf meiner seite ein bisschen abschießen ne der hat grad breakdance gemacht man du musst gleich auch breakdance döp döp ich hab fast keine munition mehr by the way hier oben ist nur noch welche und hier auf der linken seite ist auch noch welche wo denn hier wo hier wo hier auf der linken seite hier 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 du kannst mich mal mit deiner geduld das tor ist offen das tor ist offen schon geil warte warte pass von oben auf ich mach nein komm hoch komm hoch ja ich würde aber gerne aber das geländer sagt nein hier 360 no scope wow oh das war episch hier ich hätte mal als zombie hier irgendwas BB 360 no scope was geht mit dir jung kennst du das nicht? ach du zackst dir kein COD oder so gott man du bist echt peinlich ich bin echt peinlich klar ich bin hier ab man ich will weiter ach da ist eine Tür kann ich dir auch noch das ist echt voll peinlich hier ist eine Seele haben sie mit kann ich nicht wie je und je aaaah auch gott oh gott also das hört sich langsam an wie ein ähm was willst gar nicht sagen oh das muss oh was geht denn jetzt ab ich glaub wir müssen hier lang 360 no scope ich find das wort geil ich mach das jetzt ich mag das jetzt so ach so ich glaub hier lang äh wollen wir dann holen nee wir machen erst beim nächsten dingen zur folgenden pause beim nächsten nein wir können auch hier eben bei der nächsten kapc ok wir machen hier eine folge pause bis dann leute tschüss bis dann